Was können wir bei ihm gebrauchen? Wir könnten eins unserer Pads wiederbeleben. Wir könnten hoffen, dass wir ihm irgendwie Energie absaugen können. Das wäre richtig schön. Alternativ haben wir noch die Feuerimmunität. Nein, Hitzeaura. Hitzeaura ist gut. Das legen wir mal auf kurzfristig 0. Oder 9, okay. Ausleuchung brauchen wir nicht. Strahlenimmunität. Ist das dieser Stromstrahl? Aber bis wenn, das hält nicht lange. Radeweissagung, Arcana-Schock, fünf Stück. Das ist eine Menge. Schnelltaste, diesmal 0. So, also 0 und 9 dürfen wir nicht vergessen. Gigantenstärke, Schnelltaste 8. So, das ist schon eine bessere Ausgangslage als vorher. Und ich werde aber wesentlich mehr heilen als eben. Reiner. Alle, hopp. 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 Oh, okay. So, Gauntlick. Wir werfen an. Schockrolle. Wir werfen an. Hitzeaura. Äh, Dingsdrank. So, Schwert raus. So, jetzt kommen die Strahlen. Das Pet wird sterben. Instant. Du bist ein doofer Gartentopf. Oh, okay. Das klappt nicht ganz so gut, wie er hofft. So, was machst du jetzt? Jetzt machst du dein Krallending. Okay. Ich habe ihn bisher noch einmal getroffen. Jetzt kommt schnipp, 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 schnipp. Okay. Äh, 5. 1. Ja, ne. 4. Geht nicht. 5. Du bist kein Untoter. Ne. Okay. Einmal durchlaufen. Warum kann ich in dieser Phase gar nicht treffen? Ah, komisch. Okay. Äh, Regenerationstrank. Flup. Durchlaufen. Das scheint echt die einzige Phase zu sein, wo ich ihm ordentlich Schaden zufügen kann. Äh, Hitzeimmun. Strahlenimmun. Aber da kann ich nicht sprechen, sonst werde ich gleich geröstet. Au. Au. Und gleich wieder, ne, das Ding. Okay. Heien, 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 heien. Äh. Faust war... Genau. Faust war aber noch kaputt. So, du machst jetzt dein Ratze-Kratze-Ding. Okay. Okay. Jetzt will ich relativ schnell hinter ihn. Autsch. So. Ah, es geht doch in der Phase. Ist nur ein Problem, weil er immer so schnell vorruscht. Okay. Jetzt müsste man in der Phase in den Rücken schießen. Jo, das geht richtig gut. Okay. Also in der Phase versuchen, um ein Schwer zu treffen. So. In der Phase schreien schnell genug. Äh, wo ist Schock... Wo ist Schockding? Fünf? Au. Au. Ne. Also dieses Schockschild-Zaubern während man im Kampf ist, bringt nichts. Pets bringen nichts. Schockding. 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 So. Rein da. Ah. Also Bogen geht und... Falschschild-Zaubern geht. Wir müssen einfach nur auf die richtigen Phasen hoffen. Und... mehr heilen. Ja. Das machen wir mal. So. Komm her, Gaunt-Lot-Dingens. So. Äh, zwei. Äh, strahlen die jetzt mit das Doofste. Doofste... 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 Wie wir es schon. So. Jetzt habe ich ein Problem. Also einmal trifft er da uns. Immer. Aber... Komm, krall dich. Krall dich. Krall dich. Wir müssen aber den Bogen. Au. 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 Okay. In der Phase können wir, glaube ich, gar nichts machen. Aber in der hier einfach dahinter laufen. Anvisieren können wir ihn nicht. Oh, die ist gut. So. Komm. Schnimmel uns. Schnimmel uns. So. Und... Taka. Taka. Kriegt er wenig Schaden. Ich glaube, ich habe nicht genug Pfeile, um ihn so umzubringen. Äh. Upp. Nicht so ganz. Äh. Oh, jetzt kann ich ihn doch anvisieren. Ah, komisch. Oh, und zwischen den Phasen auch. Okay. Wieder was dazugelernt. Genauso muss das sein. Zwischen jeder Phase ein, zwei Kleinigkeiten. Und da kann er uns gar nicht treffen. Richtig? Richtig. Oh, 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 oh Jetzt kommt, können wir uns einfach hinter ihn stellen und schießen. Problem ist nur, unser Bogenskill ist halt nicht sonderlich hoch. Aber ich probiere mal was anderes. Ich probiere jetzt mal ihn zu verbrennen. Ob er Feuer des Schaden durchgehebt bekommt. Okay, Eisschaden. Ja, aber es bringt anscheinend nichts. Und wir haben keine Essenzen mehr. Nö, also Bogen scheint immer noch die beste Wahl zu sein. Macht am meisten Schaden. Das geht richtig gut. So, die Phase ist... Okay. Lalalalalala. Nein. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Also was machen wir? Ich könnte es noch ein, zwei Mal probieren. Aber ich... Oh. Oh, warte. Feuerbolzen. Frostbolzen. Das klingt doch gleich viel besser. Welche Taste war für die Stäbe? Hier. So. Rein da. Ich sagte, rein da. Wir hätten gern... Öh... Acht. Hopps. Ich verbade jetzt einfach alle Stäbe, die ich habe. So. So. Gauntlick ist immun. Gauntlick ist super toll. Gauntlick wird gleich gefrostbolzt. So. Gib mir ein Ziel. Gib mir ein Ziel, das ich anvisieren kann. Okay. Guter Anfang. Fast gar kein Schaden. Nicht mal... Oh. 5% oder so. Der Stab ist doof. Ich nehme den anderen Stab hier. 5. Das ist der Verlangsamungsstab. So. Geht durch. 7. Geht bestimmt auch nicht. Ne. Null. Au. Null habe ich noch nicht ausgewählt. So. Das ist der Feuerbolzen. Nicht Feuerball, sondern Feuerbolzen. Auch nicht so wirklich toll. Schuh in die Laserphase. Also, Feuerbolzen. Ah. Lämon klappt nicht. Frost macht auch nicht so viel Schaden. Verwandlung geht nicht. Das mit dem... Oh. Fast schon wieder runtergeschubst worden. Das mit den Stäben klappt auch nicht so gut wie geplant. Und jetzt müssen wir es mal heilen. Also, wir haben eben nicht mal 10% den Stäben abziehen können. Das ist nicht das Mittel der Wahl. Da ist der Bogen wesentlich praktischer. Er ist halt nur doof, weil er halt... Ein Bogen ist von von vor 4 Leveln oder so. Dementsprechend. Versuche ich einfach noch ein bisschen mein Glück. Und wenn das dieses Mal, oder diesen Versuch über nichts wird, dann sterben wir halt. Und erforschen einfach die Gegend hier weiter. Wir sind ja relativ kurz vorm Level ab. Und dann powern wir einfach alles in Bögen rein. Zappeln sie lustig aus. Lauf, 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 Lauf. Seitenwechsel. Einmal gebrutzelt werden. Ha, 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 ha. So. Heilen. Durchlaufen. Oh, 80% ist er schon. Oh, und die beste Phase überhaupt für uns. Kurz ein bisschen vorlaufen lassen. So, wenn wir hinter ihn können. Genau. Und, tacka, tacka. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Neunmal. Zehnmal. Elfmal. Sehr gut. Also elf, zwölfmal können wir ihn treffen. Und wir sind jetzt schon bei siebzig, sechzig, siebzig Prozent. Ah, es läuft richtig. Genau die Phase, die am durchsten ist. Oh. Ach so, einmal durchlaufen. Zack. So. Oh, 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 oh. So, heilen. Durchlaufen. Ah, wir haben nur noch 50 Pfeile. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn es da ranhabern würde. Lauf, 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 lauf. So, mal wieder heilen. Na komm. Die Phase heilen wir jetzt durch. Ist okay. Und super Phase incoming. Schnipp, 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 schnipp. So, können durch. So. Nimm das und das und das und das. Und Halbzeit. Sieht jedenfalls so aus. Ja, 50 Prozent sind wir jetzt. Das müsste hinhaben. Nicht schön tierisch langsam und seh. Ja, aber das müsste hinhaben. Genau. Kreim, schnapp den Boden rum. Ist okay. Ich treffe ihn nicht. Zip, 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 zip. Oh, hier hinten klappt das richtig gut. Okay. Wir müssen also gar nicht getroffen werden in der Phase. Wir müssen noch weiter links stehen. Und wieder was dazugelernt. So mag ich das. Jedes Leben. Eine klitzende Kleinigkeit hinzu. Und irgendwann ist man, Gott. So. Ähm. Oh, nicht die Faustphase. Äh. Laufen. Laufen. So. Zack. Und zack. Okay. Du, geh nach oben. Und wir müssen zwischen den und der. Ja, genau. Hier zwischen. Ring und Mittelfinger. Müsste das sein. Na, 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 na. Du bist bei 30%. Und wir haben dich gleich. So. 18 Pfeile noch. Ja. Jo. Jetzt kommt die Schnitzelfase. 12 Pfeile noch. Das schaffen wir nicht mit den Pfeilen. Also müssen wir den Rest mit einem Schwert machen, was ewig dauern wird. Aber gut. Hilft nix. Versuchen wir jetzt die 8 Pfeile noch haben. Alle reinzusetzen. Dann ist gut. 4. 3. 2. So. Schwert. Oh oh. Oh. Ich glaube, es war das erste Mal in der Faustphase, dass wir nicht getroffen wurden. Genau. So. Haie nicht vergessen. Es wäre jetzt ärgerlich, jetzt zu sterben. Und Blitzstrahl. Hier. Oh. Da habe ich gerade das Muster raus und dann sowas. Zurück. So. Und jetzt bitte die... Welche Phase ist eigentlich jetzt für uns gut? Die hier? Treffe ich doch nie. Und die hier vielleicht. Müssen wir noch richtig stehen. Also halb in dem drinnen. Sag ja, halb in dem drinnen. Das geht doch ganz schön gut. Und er ist gleich tot. Sehr schön. War ja bloß 10 Minuten meines Lebens oder so. Ich war in dem rumge... Kannst ja nicht noch eine Phase davon. Kommt noch. Okay. Hier hin. Yeah. Und dabei haben wir schon einen relativ ausbalancierten Charakter. Ich will nicht wissen, wie das ist. Hätten wir gar keine Punkte auf Bogen gesetzt zum Beispiel. So. Stirb. Und dann stirbt er jetzt einfach. Und zwar jetzt... Also... Garstiges Biest. Gib mir... Ein Schlüssel. Noch mehr Gold. Das ist bestimmt die Schlüssel der... Da hat der Schlüssel der Hallen. Jo. Sauber. Wir kommen gut voran. Auch ohne Haustier. Porn. So. Speichern. Und dann... Gucken wir uns doch gleich mal die... Hallen an. Also bis denn.